Der eine oder andere fühlt sich berufen natürlich. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Nun denk ich in einem Tag und ich werde belehrt. Für den Weg, den ich ging, ich gebe zu, er war kurz. Ich wollte auf den Olymp, doch vorher kam schon der Sturz. Auf meiner Reise hab ich viele Fehler mehrfach gemacht. Nun denk ich leise, wenn ich weise, hätt ich mehr nachgedacht. Und plötzlich leg ich hier unten und bin nicht mehr dabei. Keine weiteren Routen, es ist aus und vorbei, es ist vorbei. Ich bin raus, hab verloren, spät ist aus. Ich bin weg, auch egal. Kein zurück und kein Laufmann. Man hat alles probiert, alles ist gekriegt. Wir haben mit Tränen einlachen, alles gibt's hier, es ist vorbei. Der Ende ins Richts bricht ins Schicht nicht. In keinen Moment, wenn man stehen bleibt, wird die Welt weiterhin. Am Ende in der Asche und schon steigt man wieder auf. Egal, kaputt, weil Leben hinein ist und sie lachen, weil sie nichts machen wollen. Sie wangen, weil sie immer unten in ihren Zorn. Ich muss tun, was mich glücklich macht. Über die Folgen, hab ich nie nachgedacht. Es gibt eine Macht, die mich vor dem Trick, die in den Künstlern fände und meine Texte schreibt. Ich gebe was jeden Tag mit Leben und Energie an. Ich bin verloren und es erfreu, dass sie, wenn es vorbei wäre, würde ich noch mal schreibe. Ich bin weg, noch egal, kein Zurück, noch kein Laufmann. Es ist vorbei, ich bin raus, nach verloren, steht es aus. Ich bin weg, noch egal, kein Zurück, noch kein Laufmann. Es ist vorbei, ich bin raus, nach verloren, steht es aus. Ich bin weg, noch egal, kein Zurück, noch kein Laufmann. Es ist vorbei, ich bin raus, nach verloren, steht es aus. Ich bin weg, noch egal, kein Zurück, noch kein Laufmann. Ich bin weg, 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 noch kein Laufmann. Vielen Dank.